Herzlich Willkommen aus Soygast, einem Ortsteil des Marktes Freyung, im Landkreis Amberg-Sulzbach. Wir sind unterwegs auf der Bundesstraße 289 in Richtung des Ortskerns von Freyung. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da vorne ist das Ortsende. Und ich verabschiede mich. Tschüss. So, wir fahren noch einmal durch den Ortsteil Soygast. Das Marktes Freyung. Jetzt fahren wir in Richtung Amberg. Auf der Bundesstraße 299. 90 kmh. 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 100 kmh. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's. Ich verabschiede mich.